Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit Freunden in der Chess-App zusammen Chess spielen kann. Dafür geht ihr erstmal in die App rein, drückt nun auf den Punkt Startseite unten und drückt nun oben rechts auf die zwei Personen. Nun könnt ihr einmal eure Kontakte durchsuchen, einmal eure Facebook-Freunde oder einfach eure Freunde mit einem Link einladen. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Abo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.